du uns alle Gnade gibst, beten, dass du uns alle Licht gibst. Wir bitten dich um ein demütiges Herz, um ein reines Herz und auch um einen erweckten Geist. Herr, heute Abend gib uns allen Leben, gib uns allen Licht, blas uns an mit dem Odem des Lebens. Wir bitten dich, Herr, sende dein Wort und mach uns alle gesund. Amen. Oh, Herr, bring uns in dein Reich hinein. Amen. Wunderbar, ruf den Herrn. Ja, es ist so gut, dass wir eine Zeit absondern können, um das Wort des Herrn wirklich in unser Herz schreiben zu lassen. Der Herr möchte zu uns reden und die eine Seite ist es, dass der Herr redet und wir beten, dass der Sender in diesen Tagen funktioniert. Dass der Herr wirklich zu uns redet. Das brauchen wir. Die andere Seite, das ist, dass wir hören, dass der Empfänger funktioniert. So, wir alle sind hier und es ist so wichtig, dass wir wirklich unser Herz dem Herrn geben. Ich weiß, wir kommen alle von der Arbeit. Manche haben vielleicht noch heute Morgen gearbeitet und heute noch drei Stunden, vier Stunden, drei Stunden Auto gefahren oder Zug gefahren oder vorgestern noch von Korea eingeflogen oder jeder hat eine Strecke und allerlei hinter sich, was er heute schon zu tun hatte oder noch zu tun hatte. Und doch hoffe ich, dass wir heute Abend uns noch einmal wenden und dem Herrn sagen, Herr, gib mir ein Ohr zu hören. Es wäre zu schade, wenn der Herr redet, aber ich höre es nicht. Herr, gib uns wirklich ein Ohr. Amen. Amen. Dafür brauchen wir natürlich einen wachen Geist und einen wachen Leib. Der Geist des Herrn macht sogar die sterblichen Leiber lebendig. Amen. Ich hoffe, dass wir heute Abend alle Anteil haben an der Auferstehung des Herrn und auch unser Leib lebendig ist, damit wir die Stimme des Herrn hören können und sein Wort bewahren können in unseren Herzen. Amen. Ja, der Herr möchte uns vorbereiten und nicht nur für irgendwas, sondern auf sein baldiges Kommen und auf das Kommen seines Reiches. Das sind große Worte. Seitdem der Herr vor 2000 Jahren aufgefahren ist, dort vom Ölberg, warten alle Gläubigen auf die Wiederkunft des Herrn. Zu jeder Zeit. Alle Apostel haben geschrieben, sie glauben und hoffen, der Herr kommt. Und jetzt leben wir sehr wahrscheinlich in der Zeit, wo das geschehen wird, worauf sie alle gewartet haben. Lob den Herrn. Ich glaube, es gibt viele, die viel geben würden dafür, in dieser Zeit zu leben. Wir leben wirklich in dieser Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der wir mit viel Grund darauf hoffen können, das baldige Kommen des Herrn und sein Reich zu sehen. Herr Jesus Christus, das ist eine große Sache. Lob den Herrn dafür, den Herrn zu sehen, wenn er kommt. Und wenn der Herr kommt, beim Wiederkommen des Herrn ist es ganz anders wie beim ersten Kommen des Herrn. Das erste Kommen des Herrn war für die Erlösung. Der Herr kam geboren von einer Frau. Er kam so unscheinbar in diese Welt, dass es fast niemand bemerkt hat. Es war so verborgen. Doch wenn der Herr wiederkommt, wird es ganz anders sein. Ich lese euch mal ein Vers vor. Von Matthäus 24. Wie ist es, wenn der Herr zurückkommt? Matthäus 24, Vers 27. Dort heißt es, Denn wie der Blitz vom Osten ausgeht und bis zum Westen leuchtet, so wird das Kommen des Menschensohnes sein. Wenn der Herr zurückkommt, kommt er wie ein Blitz. Es ist Nacht, aber es wird Tag hell. Auf einen Schlag. So wird es sein, wenn jetzt der Herr bald zurückkommt. Er kommt nicht mehr unscheinbar, er kommt nicht mehr in einer verborgenen Weise. Der Herr kommt wie der Blitz. Und er wird alles erleuchten, vom Osten bis zum Westen. Und sein Zeichen wird am Himmel erscheinen. Vers 30 sagt, Dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und alle Stämme des Landes werden wie klagen und werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels mit Kraft und großer Herrlichkeit. Das werden wir wahrscheinlich bald sehen. Es ist das Ereignis schlechthin. Der Herr wird kommen mit Kraft und mit großer Herrlichkeit. Und er wird seine Engel mit einer lauten Posaune senden. Der Herr kommt mit vielen Engeln noch dazu. Einer ganzen Armee. Und er wird zusammenbringen vom Ende des Himmels alle seine Auserwählten. Es gibt wirklich viele Ereignisse, die dann eintreten. Das, was noch nie geschehen ist, hat noch niemand erlebt. Und genau dafür bereitet uns der Herr vor. So herrlich es ist, wenn der Herr kommt, gibt es auch in 1. Thessalonicher 5 diese Warnung dazu, die jetzt für uns Gläubige geschrieben ist. Das ist für uns Gläubige. 1. Thessalonicher 5, Abvers 1 sagt er, Was aber die Zeiten und Fristen betrifft, Brüder, habt ihr es nicht nötig, dass man euch schreibt. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Unerwartet. Er sagt dann, wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Wie die Geburtswehen über die Schwangere und sie werden nicht entfliehen. Eure, ihr aber, Brüder, Vers 4 sagt er, seid nicht in Finsternis, dass der Tag euch wie ein Dieb ergreifen sollte. Paulus schreibt von Verderben. In Vers 3, er sagt, sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben. Wieso, ja? Die Wiederkunft, das Kommen des Herrn, hat auch viel damit zu tun, dass er kommt, zu richten. Und wir können nochmal einen Hebräerbrief. Da redet er auch von seinem Kommen. Und da sagt er in Hebräer 9 am Ende, beim letzten Vers. Zum zweiten Mal wird er nicht wegen der Sünde erscheinen, sondern zur Errettung derer, die sehnlich auf ihn warten. Amen. Herr Jesus Christus. Der Herr wird nicht jetzt noch einmal kommen für die Sünde und für die Erlösung. Der Herr wird kommen, um die Außerwelten, die er hat, um sein Reich zu empfangen und zu retten. Die, die auf ihn warten. Und für diese Welt wird sein Kommen ganz anders sein. Wenn der Herr wiederkommt, dann wird die ganze Welt sich ändern. Und da heißt es in Offenbarung 19 dazu. Ich möchte einfach ein paar Verse lesen über die Wiederkunft des Herrn, damit wir ein bisschen ein Gefühl dafür haben, was geschieht, wenn er erscheint. Offenbarung 19, Vers 11 sagt er. Ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd. Und der daraus sitzt, heißt treu und wahrhaftig. Und er richtet und führt Krieg in Gerechtigkeit. Die Wiederkunft des Herrn ist auch ein Kommen für ein Gericht. Und seine Augen sind eine Feuerflamme. Und seinem Haupt sind viele Diademe. Und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand weiß, als nur er selbst. Und er ist bekleidet mit einem Gewand, das im Blut getaucht ist. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden. Bekleidet mit feiner Leinwand, weiß und rein, die Heere im Himmel. Es gibt ja eine Schlacht, es gibt eine Armee. Und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor, dass er damit die Nationen schlage. Und er wird sie weiden mit Eisen im Stab. Und er tritt die Kälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen. Wir dürfen nicht denken, dass Gott nur so eine niedliche Seite hat. Mitnichten. Gott liebt die Menschen. Aber es gibt auch einen Grimm und einen Zorn Gottes. Und wenn der Herr kommt, dann wird auch diese Zeit kommen, wo alle Nationen, alle Menschen dieses Gericht erfahren müssen. Die Wiederkunft des Herrn ist wirklich ganz anders. Es tut uns gut, solche Verse zu lesen, um zu verstehen, was da kommt. Um einen Eindruck zu bekommen, was wird wirklich geschehen. So viele Vorstellungen hat man, aber viele davon sind nicht wahr. Was wird mit uns Gläubigen geschehen? Die Nationen wird der Herr kommen, um zu richten. Was wird uns Gläubigen geschehen? In 2. Korinther 5, Vers 10, redet der Herr davon, was uns geschehen wird. Er sagt, 2. Korinther 5, Vers 10, Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit ein jeder den Lohn empfängt, das, was er durch den Leib getan hat. Es sei gut oder böse. Und dann sagt der nächste Vers, Weil wir also die Furcht oder den Schrecken des Herrn kennen, suchen wir Menschen zu gewinnen. Wenn der Herr kommt, dann müssen wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden. Wir werden alle vor dem Herrn stehen müssen. Damit ein jeder den Lohn empfängt, für das, was er durch den Leib getan hat. Es sei gut oder böse. Die Wiederkunft des Herrn ist ein Gericht für die Nationen. Aber es ist auch ein Gericht für alle Gläubigen. Das müssen wir wissen. Das ist sehr wichtig. Das ist nicht, um heute Abend jemand Angst zu machen. Aber es ist die Wahrheit. Und wir müssen die Wahrheit kennen. So, lasst uns das im Bewusstsein haben. Der Herr kommt zurück zum Gericht für die Nationen und zum Gericht für alle Gläubigen. Und wenn der Herr uns alle vor sich stellt, alle Gläubigen, was für ein Gericht würde es sein. Er sagt, damit ein jeder den Lohn empfängt. Es geht um einen Lohn. Und kurz gesagt, es gibt mindestens, jetzt mal vereinfacht gesagt, zwei Gerichte. Es gibt hier, wenn der Herr kommt, die Wiederkunft Christi, gibt es hier ein Gericht für die Gläubigen. Und dieses Gericht hier, in diesem Gericht geht es um einen Lohn oder eine Strafe. Wie er hier sagt, ein jeder den Lohn empfängt für das, was er durch den Leib getan hat. Es sei gut, dann gibst du den Lohn. Es sei böse, dann bekommst du nicht gar nichts, sondern Strafe. Das ist normal. Und hier, dieses Gericht hat mit dem zu tun, dass wenn der Herr zurückkommt, beginnt das tausendjährige Reich auf dieser Erde. Das ist auf der Erde. Das ist nicht im Himmel, das ist auf der Erde. Und in diesem Reich würde es so sein, einige Gläubige bekommen hier in dieser Zeit einen Lohn. Sie werden mit dem Herrn hier einen Lohn empfangen. Und viele und andere Gläubige, und es ist wirklich Gläubige, werden in dieser Zeit Strafe erleiden. Das ist sehr wichtig, weil das wird geschehen. Und dieses Gericht wird bald kommen. Und am Ende von den tausend Jahren gibt es noch ein Gericht für alle Nationen, für die Ungläubigen. Und das nennt die Bibel der große, weiße Thron. Und bei diesem Gericht, da geht es um die ewige Verdammnis oder das ewige Leben. Das ist die Entscheidung hier. Für die Menschen, die noch nicht an den Herrn glauben, es geht um die Frage, ewige Verdammnis oder ewiges Leben. Für uns Gläubige geht es darum, der Lohn oder die Strafe. Das ist, was das Wort des Herrn sagt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns vorbereiten für den Tag des Herrn. Wir sollen nicht irgendeine Vorstellung haben über die Wiederkunft des Herrn, sondern wirklich das, was das Wort sagt. Deshalb steht hier im Punkt B die Notwendigkeit, das Kommen des Reiches vorzubereiten. und dann stehen drei Zeilen von Verse, damit jeder, der das vielleicht noch nicht gehört hat oder auch wir, die wir es gehört haben, aber nicht mehr so ein Bewusstsein haben, noch einmal uns wirklich bewusst machen können. Was geschieht, wenn der Herr kommt? Und wenn wir wirklich ein Bewusstsein dafür haben, ich bin mir sicher, wer ein Bewusstsein dafür hat, der hat auch eine Furcht. Der nächste Vers in 2. Korinther 5 ist, weil wir also die Furcht des Herrn kennen. Wenn du zum Gericht gehst, egal ob du jetzt verurteilt wirst oder nicht, du hast bestimmt Furcht. Denn da die Polizei nur steht schon auf der Straße hat man schon Furcht. Oder? Sofort guckst du auf dein Tempo. Sofort bist du sehr aufmerksam. Guckst ob dein Gurt an ist und der von allen anderen. Du hast Furcht. Vernünftig. So wenn das hier wirklich in unserem Herzen lebendig ist und klar ist, dann gibt es seine Furcht des Herrn in unseren Herzen. Wir dürfen nicht denken, oh Furcht, was ist das? Gott ist doch Liebe. Wieso redet man von Furcht? Wir lieben doch den Herrn. Ich glaube, Paulus liebt wirklich den Herrn und kennt den Herrn. Und gerade weil er den Herrn kennt, sagt er, weil wir also die Furcht des Herrn kennen. Das ist gut für uns. Deshalb steht 100c unsere Errettung bewirken mit Furcht und Zittern. Weiß nicht, zittert ihr, wenn ihr daran denkt? Tausend Jahre Lohn oder tausend Jahre Strafe. Also wenn ich wüsste, ich komme fünf Jahre ins Gefängnis, ich würde schrecklich schon mir würde ganz anders werden. Aber hier, das ist tausend Jahre. Und das hat auch Paulus gesagt in Philippa 2. Mir scheint, Paulus wirklich sieht, was da kommt. Und das ist so wichtig, dass wir wirklich klar und noch klarer sehen, was wird geschehen, wenn der Herr bald erscheint. Warum? Damit dieser Tag uns nicht wie ein Dieb ergreift. Das ist die Warnung. Philippa 2. Daher meine Lieben. Schön, er sagt meine Lieben. Es gibt schon die Liebe, aber es gibt auch die Furcht. Wer ja alle Zeit gehorsam gewesen seid, bewirkt eure eigene Errettung mit Furcht und Zittern. Weißt du, ich glaube, wenn wir heute nicht Furcht und Zittern haben, dann werden wir uns nicht wirklich vorbereiten. Wenn du eine Prüfung in deinem Leben hast, egal was, Schule, Studium, aber du hast keine Furcht, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es nicht so gut ausgeht. Es ist normal und vernünftig, wenn wir heute die Furcht des Herrn haben, nicht eine Panik und Angst Zustand in einer negativen Weise, aber im Bewusstsein, ich muss mich vorbereiten, ich muss meine Zeit auskaufen. Wenn wir heute die Furcht des Herrn kennen und zittern, lobt den Herrn, können wir hier einen Lohn bekommen. der Herr sagt, wenn wir heute aber uns nicht vorbereiten, hat er hier über diese Zeit gesagt, in der Strafe gibt es viel Heulen und Zähneklappen. Dann gibt es hier auch ein Zittern, aber das ist kein gutes Zittern. So wichtig, die Furcht des Herrn zu kennen. Amen. Hebräerbrief hat auch davon geredet. Könnt ihr noch lesen, Hebräer 4 redet auch davon. Er sagt, Hebräer 4 Vers 1, lasst uns daher Liebe haben. Was steht bei euch? Lasst uns daher Freude haben. Timo? Manchmal fehlt uns wirklich die Furcht. Deshalb sind wir so frei, noch so viel zu machen. Weißt du, wenn du Furcht hast und die Prüfung kommt, dann lernst du. Und was machst du außer Lernen? Lernen. Du lernst. Und wenn du kannst, lernst du. Aber wenn wir keine Furcht haben, dann können wir sehr viele Dinge machen. Es geht nicht um die Theologie über Furcht. Die Frage ist, habe ich diese Furcht des Herrn? Wenn ja, bestimmt lebe ich ganz anders. Ich werde mich vorbereiten. Ich werde mich fragen, bin ich vorbereitet? Gefalle ich dem Herrn, wenn er heute kommt? Gefalle ich dem Herrn, wenn ich heute gehen muss? Ist mein Leben mein Leben des Reiches? Ist meine Ehe dem Herrn wohlgefällig? Ist mein Arbeitsleben dem Herrn wohlgefällig? Ist mein Dienst und meine Hingabe an dem Herrn wohlgefällig? ist ist mein Herz rein? Ist mein Geist brennend? Gehorche ich dem Herrn? Petrus hat gesagt, was für einen Wandel sollen wir haben in Göttlichkeit? Heiligen Wandel und Göttlichkeit? das sind die Fragen die wir uns stellen sollen wenn wir wirklich die Furcht des Herrn haben die brauchen wir dann werden wir wirklich zum Herrn kommen dann werden wir auch im Glauben vorwärts kommen und nicht zurück weichen wir haben hier geschrieben zum Herrn kommen und Heilung erfahren dass die beste Vorbereitung für das kommen des Reiches ist heute im Reich der Himmel zu leben wie sieht es aus wenn du im Reich der Himmel lebst wir haben es hier kurz aufgeschrieben es Matthäus 5 bis 7 die Verfassung vom Reich der Himmel das zeigt uns wie es aussieht wenn wir wirklich uns vorbereiten im Frühjahr haben wir auch wieder davon geredet und ich habe jetzt noch einmal zurück geschaut jetzt haben wir August die Frühjahrskonferenz war im April und ich habe den Herrn gefragt Herr bin ich in dem was du verlangst was du sagst in deinem Wort in Matthäus 5 bis 7 in meinem Leben verändert worden ist mein Leben heute näher an der Schrift näher an dem Wort von Matthäus 5 bis 7 als im April ist Heilung geschehen es so wichtig sich diese Frage zu stellen ob den Herrn das kann jeder von uns sich selber fragen und das Wort lesen und ich hoffe dass der Herr noch schneller in uns wirken kann ich bin sehr froh gewesen über einiges was der Herr in diesen letzten Wochen verändert hat das war gut lob den Herrn denn wenn du siehst dass deine Vorbereitung Fortschritte macht dann wie soll ich sagen dann kommt zur Furcht auch eine Freude die Furcht geht nicht weg aber zur Furcht kommt die Freude aber wenn ich nicht in meinem Leben diese Veränderung sehe dann muss ich wirklich anfangen mit dem Herrn zusammen zu arbeiten und sagen Herr ich komme zu dir stell mich bloß zeig mir wo stehe ich wirklich lasst uns mal ein Vers zusammen lesen Matthäus 5 Vers 20 oder ich lese ihn vor der über den Eingang ins Himmelreich redet weil das ist der Haupttitel der Konferenz er sagte Herr selbst denn ich sage euch Matthäus 5 Vers 20 wenn eure Gerechtigkeit nicht wenn mein Wissen sondern eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht übertrifft werdet ihr gewiss nicht hier steht wahrscheinlich nicht hier steht gewiss nicht mit Garantie nicht in das Reich der Himmel kommen also was ist der Eintritt in den Lohn es ist kurz gesagt Gerechtigkeit diese und zwar nicht irgendeine Gerechtigkeit sondern die Gerechtigkeit die wir Matthäus 5 bis 7 sehen Christus unsere Gerechtigkeit niemand von uns kann dieses Wort erfüllen aus sich selbst aber wir müssen zum Herrn gehen wenn wir die Furcht des Herrn haben und sehen es braucht diese Gerechtigkeit die Liebe für die Feinde das Gebet und das Fasten für Gottes Vorsatz ich habe mich gefragt bete ich jetzt mehr seit April für das Reich des Herrn das gehört ja zur Gerechtigkeit gebe ich mich mehr hin könnte auch faste ich mehr für das Reich Diene ich dem Herrn mehr oder diene ich dem Geld bin ich freier von Sorgen oder bin ich völlig beladen mit Sorgen das ist diese Gerechtigkeit und das ist in Christus deshalb es so gut lasst uns wirklich zum Herrn kommen und die Zeit die uns bleibt auskaufen um uns vorzubereiten für dieses Reich und jetzt wollen wir kurz ein bisschen drüber reden wie nahe dieses Reich ist so und zwar da steht viel drauf wir werden nicht auf alles eingehen wir sehen in der Schrift ist da drüben mehr Platz es gibt eine Offenbarung in Daniel 9 und diese Weissagung redet von dem ersten und dem zweiten kommen Christi das kennen wahrscheinlich einige aber ich will es kurz zeigen dort gibt es eine Prophezeiung von 70 Wochen und die ersten 69 Wochen zeigen wann Christus zum ersten Mal kommt das sind die ersten 69 Wochen und die letzte von den 70 Wochen die ist hier die zeigen wann der Herr wieder kommt das zweite kommen kurz gesagt in dieser einen Offenbarung von diesen 70 Wochen wird das erste und das zweite kommen Christi mit dem Zeitpunkt vorhergesagt und dazwischen liegt der ganze neue Bund man sieht hier unten an den Jahreszahlen diese Woche sind nicht Tage sondern eine Woche sind sieben Jahre so viel dazu das nächste ist wir sehen in der Schrift als der Herr zum ersten Mal kam hat er nicht irgendwann irgendwas und irgendwie gemacht sondern der Herr hat bei seinem ersten Kommen alle wichtigen Schritte exakt nach der Zeit der Feste gemacht die in Gottes Wort geschrieben stehen es gibt ein Kapitel in dritter Mose das redet über die sieben Feste die Gott seinem Volk gegeben hat das Wort Feste in der Schrift und im Hebräischen bedeutet festgesetzte Zeit es geht nicht in dem Sinn darum dass es eine Veranstaltung von Freude ist wie wir es verstehen sondern die Feste legen Zeiten fest fest gesetzte Zeiten und wir sehen als der Herr kam das Passafest hat auf den Tag und sogar die Stunde genau seine Kreuzigung und seinen Tod festgelegt der Herr musste ganz genau an dem Tag vom Passafest gekreuzigt werden und dann ist der Herr ganz genau zu dem Fest der Erstlinge dem Nächsten dann auferstanden nicht ein Tag später um sich nur auszuruhen der Herr musste am 16. Nisan an diesem dritten Tag auferstehen und wann wurde das festgelegt 1400 Jahre vorher bei den Festen des Herrn wunderbar lobt den Herrn der Herr war immer ganz genau und dann hat der Herr 50 Tage lang gewartet bis der Geist ausgegossen wurde sehr lange Zeit 50 Tage warum warum hat der Herr nicht gleich nach der Auferstehung den Geist ausgegossen und die Gemeinde angefangen weil der Herr konnte den Geist erst dann ausgießen wenn die Zeit der Feste gekommen war nämlich die Zeit vom Pfingstfest es war festgelegt 50 Tage kein Tag früher kein Tag später der Herr hat an diesem Tag genau wie die Feste festgelegt haben den Geist ausgegossen er hätte es vielleicht gerne früher getan aber er kann nicht das betrifft das erste Kommen des Herrn jetzt sehen wir über diese 70 Woche sagt das Buch Daniel dass es am Ende der Zeit einen König geben wird einen heidnischen König einen König der Nation nicht einen König der Juden sondern König der Nation und er wird einen Bund machen einen Vertrag mit vielen und zwar wer sind die vielen die vielen sind die Juden und die Araber in Daniel 9 geht es um das Volk Israel und dieser Vertrag wird eine Woche lang dauern wie ich vorhin sagte eine Woche sind sieben Jahre das ist diese letzte Woche und wenn diese Zeit abgelaufen ist dann beginnt das tausendjährige Reich das ist die Periode vor dem tausendjährigen Reich und diese Zeit beginnt mit diesem Bund dann sehen wir diese sieben Jahre sind aufgeteilt in der Mitte und die zweite Hälfte das ist der Tag des Zornes Gottes das ist die Zeit des Gerichts für die ganze bewohnte Erde dieser Zeit wird es sieben Posaunen geben die Gericht bringen über alle Menschen und sieben Zorneschalen übernatürliche Gerichte die wir noch nie gesehen haben und das dauert dreieinhalb Jahre und am Anfang von diesen sieben Jahren steht dieser Bund das ist wichtig hier ist dieser Bund geschlossen da alles was der Herr getan hat bei seinem ersten Kommen genau nach den Festen war auch bei seinem zweiten Kommen wird der Herr diesen Zeitplan weiterhin auch festhalten und wir sehen die letzten drei Feste sind alle im siebten Monat das hat mit der Vollendung zu tun von Gottes Werk die Zahl sieben der Bibel hat mit Vollendung zu tun und deshalb ist es sehr vernünftig zu sehen dass das Ende von dieser Zeit gekennzeichnet wird durch das Laubhütten Fest es wird nicht irgendwann sein wenn diese Zeit zu Ende geht sondern es wird bei diesem Fest beim Laubhütten Fest wird der Herr dieses Zeitalter beenden warum dieses Laubhütten Fest ist das Fest das alle Nationen im tausendjährigen Reich feiern die Erfüllung von diesem Fest ist im tausendjährigen Reich so dieses Fest ist nur einmal im Jahr und zwar im Oktober meistens im Oktober wenn wir jetzt wissen dass es im Oktober ist dann muss es sieben Jahre vorher dieser Bund auch um diese Jahreszeit sein allgemein gesagt auch im Zeitraum Oktober Herbst da muss es sein wo dieser Bund geschlossen wird weil die Feste sind Gottes Zeiten es sind Gottes Fristen so handelt unser Gott dann sehen wir in der Mitte dieser Zeit bevor der Tag des Sonnes kommt sagt Offenbarung 14 gibt es die Entrückung die Entrückung der Erstlinge die Entrückung derer die sich vorbereitet haben das ist in der Mitte der Zeit und zwar bevor dieses Gericht kommt das ist also im Frühjahr das heißt die Entrückung der treuen Überwinder ist nicht irgendwann sondern im Frühjahr die ganze Rest der übrigen Gläubigen ist erst gegen Ende der Zeit dann sehen wir dass wir in einer Zeit leben in der viele Dinge geschehen sind die uns wirklich aufwecken sollten hier oben haben wir geschrieben die Annahme dass Trump den Friedensvertrag macht den Bund wie kommen wir darauf wir sehen dass im ersten Jahr seiner Regierung hat dieser Präsident verkündigt die Botschaft von USA umzuziehen nach Jerusalem und Jerusalem als Hauptstadt anzuerkennen und das war genau 50 Jahre nach der Rückeroberung Jerusalems die Zahl 50 in der Bibel ist eine sehr wichtige Zahl eine Zahl wo der Besitz an den eigentlichen Besitzer zurückgeht das sogenannte Halja genau in so einem Jahr ging Jerusalem zurück an das jüdische Volk durch die Entscheidung von diesem Präsidenten daraufhin hat das Tempelinstitut in Jerusalem eine Steuermünze für den Tempel eine Tempelsteuermünze gedruckt mit dem Bild von Trump und dem Bild von Kyros weil sie durch diesen Schritt glauben und inspiriert waren dass er ihnen helfen kann den Tempel zu bauen dann sehen wir im Mai letzten Jahres wurde zum 70 Jahrestag von Israel die Botschaft eröffnet die Zahl 70 kennen wir nach 70 Jahren kehrte das Volk aus der Gefangenschaft zurück und das war ein großer Tag für die ganze Nation von Israel und diese Wiederherstellung muss geschehen damit der Herr kommen kann und dann sehen wir woran sie arbeiten ist wie er nennt Deal of the Century eigentlich nicht nur Century sondern Millennium das ist der Friedensplan wo der erste Teil veröffentlicht wurde vor zwei Monaten vor zwei Monaten wurde in Bahrain dieser erste Teil vom Friedensplan veröffentlicht und die vielen Nationen wie Daniel 9 die vielen die arabischen Führer wurden dort versammelt um diesen Plan zu diskutieren und jetzt sehen wir letzten Monat hat er noch gesagt dieser Plan der Friede zwischen Israelis und Palästinensern wird nur durchgeführt werden wenn er Präsident ist hat er gesagt und das zeigt was für eine Entschiedenheit in dieser Regierung steckt dieses Ziel zu erreichen und jetzt gestern wurde davon geredet dass er die ganzen arabischen Leiter die Könige die die Führer einladen möchte nach Camp David in USA um mit ihnen über den zweiten Teil vom Friedensplan zu reden über den politischen Teil das will er jetzt noch vor der Wahl im September machen vielleicht noch diesen Monat so wir sehen dass diese ganze Entwicklung wirklich Grund gibt zu sehen es kann sehr gut sein dass Gott diesen Mann eingesetzt hat den Bund zu machen von dem Daniel 9 geredet hat wenn wir das sehen und annehmen dass Trump den Friedensplan abschließt dann weiß man er fing im Januar 2017 seine Regierung an er kann wenn er wiedergewählt wird im Januar 2021 seine zweite Phase der Regierung fortsetzen wenn er wiedergewählt wird bis zum Januar 2025 und nach zwei Amtsperioden ist laut Verfassung es nicht möglich wiedergewählt zu werden er hat also maximal zwei Regierungsperioden die letzte wenn er wiedergewählt wird endet im Januar 2025 und was sagt das uns wenn uns Gott die maximale Zeit gibt uns vorzubereiten für den Tag des Herrn und sein Kommen dann ist der letztmögliche Zeitpunkt für die Entrückung der Überwinder und es unter Trump geschieht im Frühjahr 2024 das ist ein wichtiger Zeitpunkt und dann muss es auch sein das spätestens im nächsten Jahr im Herbst nächsten Jahres der Friedens Plan geschlossen wird der Friedensvertrag unterschrieben wird das ist nur noch ein gutes Jahr von heute und das ist wenn Gott uns die maximale Zeit noch gibt und Trump der Mann ist den Gott benutzen möchte wenn es weniger ist dann kommt es noch dieses Jahr das wissen wir nicht und wenn wir davon ausgehen dann haben wir heute noch vier Jahre neun Monate bis der Herr die Erstlinge wegnimmt von dieser Erde das ist nicht viel Zeit und das das ist wichtig für uns damit wir eine gesunde Furcht haben und uns vorbereiten denn der Herr kommt vielleicht sehr bald und das kurz zusammengefasst zeigt uns es ist wirklich notwendig in dieser Zeit die der Herrn es hier gibt dem Herrn zu sagen Herr ich möchte mich wirklich vorbereiten für dein Kommen wenn wir an diesem Tag nicht entrückt werden es ist auch sehr beeindruckend genau zu dieser Zeit ist das Fest der Erstlinge wir können zurückrechnen von hier 1260 Tage nach vorne dann landet ihr in der Mitte das Fest der Erstlinge es wäre keine große Überraschung wenn Gott die Erstlinge am Fest der Erstlinge entrückt das ist nicht mehr weit so lasst uns wirklich wachen und nüchtern sein und uns gut überlegen was wir mit unserer Zeit machen wollen was wollen wir noch machen bis Herbst 2020 und bis Frühjahr 2024 die Welt bereisen Urlaub machen oder in das Reich der Himmel hineingehen es ist gut dieses Bild vor Augen zu haben und eine gesunde Furcht des Herrn zu haben denn die Zeit ist nahe und sie arbeiten schnell daran und wir wie Petrus gesagt hat wir sollten so eine Haltung haben die Wiederkunft des Herrn zu erwarten und zu beschleunigen schneller mit ihm voranzugehen damit wir bereit sein können für das Fest der Erstlinge wenn der Herr kommt und die Überwinder holt Amen Lob den Herrn